Fertig! Ich weiß nicht! Ah! Fuck! Die ist aber auch schnell! Ja? Hallo meine lieben, coolen, süßen und verrückten! Na, kennt ihr das? Ja, wir sind hier gerade früher morgen. Anne ist halt immer so ein bisschen... Anges... Gar nicht! Ich hab nur Hunger! Ach, du hast Hunger. Also angespannt, ja. Wir sind heute... Wo sind wir denn heute? Ja, die Kinder bleiben heute zuhause. Wir haben gedacht, die tomen uns einfach mal richtig aus heute und fahren in so einen Indoor-Spielplatz und ich hab mir gedacht, ich nimm einfach mal die Cam mit! Guter Tipp, unter der Woche ist alles leer! Ja, wir fahren jetzt gleich frühs hin. Mal gucken, wie es... Sieht aus! Ja, wa? Sexy. Ohne Mascara. Ähm, doch Mascara hab ich drauf, aber den Rest nicht. Kein Make-up, nichts. Bis gleich! So, wir sind jetzt hier angekommen im A10-Center. Guck mal, und wir fahren hier gerade mit so einer Bindelbahn. Wuhu! Guck mal, Junala! Wuuu! Was nicht? Oh, ist das schön hier! Hier in schöne Läden, ja? Morgen! Ja, so ist das. Wenn man einmal mit Kindern unterwegs ist, im Einkaufscenter und so eine Bindelbahn sieht, muss man da sofort mit einsteigen. Was? Aber ist gut! Okay, bis gleich! Tada! Wir sind da! Ist das nicht schön hier? Ja, wunderschön! Mittagspause! Und wieder, das Einzige, was die Kinder wieder machen... Mittagspause! Ja, Mittagspause! Sonst gibt's nur Chips zum Mittag! Das ist doch gerade mal! Wie spät haben wir das jetzt? 11.16 Uhr! 12.16 Uhr! Nee, nee, 11.16 Uhr! Das heißt, gleich geht's mit Mittagessen los hier? Für die Kinder? Für uns gibt's nix! Nee, nee, wir müssen ja Body-Change machen! Schade! Ich finde, man sollte mal bei so einer Ausnahmesituation mal eine Ausnahme machen! Ich sag nur gestern, Tassenkuchen-Ausnahmesituation, Saskia ist gekommen, Tassenkuchen... Der hätte überhaupt nicht geschmeckt! So, und jetzt... Würde ich sagen? Es sah jetzt schnell noch auf und dann geht's los, oder? Gleich! Was für eine Begeisterung! So! Gib mal einen Kuss! Ist so süß! So eine Süße! Boah, ist aber auch laut hier an dem Ding! Woah! Wurzeln... ist es für ein khi models! Das ist für Schrittul! それ wird kuchen also die kleine Begeisterung auf einer Erinnerung! Woh! 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 Wenn wir erstmal eine Runde rutschen? Komm her, komm her, komm her, los. Äh, hier hoch. Ist auch immer warm, man muss sich immer die Wege hier erst suchen. Oh, Entschuldigung. Ich geb meine Hand. Ja, komm. Da ist sie. Die Gelbe. Monster-Rutsche. Jetzt hört sich immer komisch an, die Rennen. Bis heute. Boah, fuck. Alter, Scheiter. Ja. Die ging ab. Nee, bitte nicht. Das ist voll schnell. Findest du nicht? Ich finde es cool. Okay, nur weg. Okay. Mir wird auch immer gleich schlecht von diesen hier rutschen. Oh Gott. Meili, traust du dich dazu? Ja. Okay. Auf geht's, wie gesagt. Warte. Eins, zwei, drei. Oh. Woah, fuck. Oh. Schein seh, da wird man zum Kind. Es ist so schön! Ich bin so schön! Ich bin so schön! Papa schon wieder macht die Fakten. Juhu, was natürlich nicht fehlen darf. Karpoli! 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 Das sieht so scheiße aus. Jetzt traut er sich. Wir sind kaputt, wir können nicht mehr, deswegen würde ich sagen, beenden mal das Video, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wir gehen jetzt noch zu McDonalds, wir gehen jetzt erst mal wieder unser das, was wir abgenommen haben, wieder rauf machen, aber ich auch, hey, 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 ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, tschüss. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Tina.